Ja, ich finde es nicht so ganz realistisch. Sie sollten erst nach dem Lenkvorei aus der Kurve heraus mit dem Beschneiden beginnen. Achten Sie darauf, langsam und beständig auszugeben. Das hier geht ja schon ein bisschen anders hier. Ja, leicht quer kommt das Ding schon. Und ja, auf jeden Fall das Menü bzw. auch die Grafik hier unten, wie ihr seht, haben sie im Gegensatz zu Gran Turismo 5 verändert. Achso, eine Runde müssen wir nur fahren.